Es gibt in der Bibel verschiedene Bezeichnungen für die Hölle. Eine davon ist die äußerste Finsternis. Und dieser exakte Begriff äußerste Finsternis kommt so nur dreimal vor, und zwar im Matthäus-Evangelium. Und immer wenn wir uns fragen, was bedeutet ein Wort oder was bedeutet ein Begriff, sollten wir uns den ersten Vers anschauen, wo dieser Begriff oder dieses Wort vorkommt. Das ist eine gute Faustregel, um die Bibel besser zu verstehen. Wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, okay, was bedeutet Hölle? Dann könnte man sich angucken, wo kommt das Wort Hölle das erste Mal in der Bibel vor? Und wir finden in dem ersten Vorkommen dieses Wortes auch automatisch die Definition dafür. Das ist oftmals meistens der Fall, auch wenn es um den Begriff äußerste Finsternis geht. Der Begriff äußerste Finsternis kommt das erste Mal in Matthäus Kapitel 8, Vers 12 vor, wo es heißt, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Und lesen wir aber einfach den ganzen Abschnitt im Kontext, dass wir den ganzen Kontext erfahren, den ganzen Zusammenhang. Es geht los in Matthäus Kapitel 8, Vers 5, wo es heißt, Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelämmt, da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwundete er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und hier geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Also es kommt dieser Hauptmann zu Jesus und wir können davon ausgehen, das war ein römischer Hauptmann, das war ein Heide, das war kein gebürtiger Israelit, aber er ist ein Jude in den Augen Gottes. Warum? Weil er gläubig ist. Und er hat so einen großen Glauben, dass Jesus sich sogar verwundert und sagt, Wahrlich, sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und jetzt eben die entscheidende Stelle in Vers 11. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Also Israel im Großen und Ganzen hat Jesus Christus natürlich abgelehnt. Israel im Großen und Ganzen hat nicht an Jesus geglaubt. Es hat sich heutzutage natürlich nicht geändert. Wenn wir mit Juden reden, kaum einer von ihnen wird gerettet. Das ist die traurige Wahrheit. Die meisten Juden lehnen Jesus Christus ab. Aber es werden eben viele kommen vom Osten und vom Westen und sie werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Also der Hauptmann, der in Heide war, der aber geglaubt hat, der wird im Reich der Himmel sein. Man sollte annehmen, dass die Kinder des Reiches Israel, dass sie doch im Himmel sein werden, dass sie doch an Jesus Christus glauben. Aber das Gegenteil war der Fall. Jesus kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Israel hat im Großen und Ganzen Jesus Christus abgelehnt. Sie sind im Großen und Ganzen ungläubig. Es werden nur vereinzelt Juden gerettet. Aber der Hauptmann, der hatte so einen großen Glauben. So einen großen Glauben hat Jesus in Israel nicht gefunden. Also die Heiden, ja, viele Heiden werden gerettet. Im Vergleich mit den Juden sind es viele Heiden, die gerettet werden. Sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber Vers 12, jetzt der Gegensatz dazu, die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Dort wird Heulen und Zähne knuschen sein. Wir erfahren also in dem ersten Vorkommen dieses Begriffs äußerste Finsternis, worum es sich hier handelt. Die Kinder des Reiches, wer ist das im Kontext? Die Kinder des weltlichen Reiches Israel, weltliche Israeliten. Sie haben im Großen und Ganzen nicht an Jesus Christus geglaubt. Werden sie im Reich der Himmel sein mit Abraham, Isaac und Jakob, mit ihren weltlichen, fleischlichen Vorfahren? Nein. Also hier ist das Ding, wenn du nicht im Reich der Himmel bist, wo bist du dann? Du bist in der Hölle. Also wenn wir uns das erste Vorkommen des Begriffes äußerste Finsternis anschauen, ist es eindeutig, worum es geht. Es geht um die Hölle. Es geht um die Hölle. Vielen Dank.